So, wir haben jetzt ja schon festgestellt, dass in China einiges anders ist. Essen, Schule, Infrastruktur. Heute Morgen hatten wir zum Beispiel kein Wasser. Martin stand komplett eingeseift unter der Dusche und dann war vorbei. Das kam auch nicht wieder. Er hat sich wohl jetzt mit Wasser aus dem Wasserspender irgendwie nochmal abgespült. Aber naja, eine Sache, die hier anders ist, ist, dass neue Studenten erstmal militärischen Drill erfahren. Ich habe heute unsere chinesische Bürovorsteherin gefragt, warum. Und sie sagte, dass die Kinder zu Hause ja sehr undiszipliniert sind und lange schlafen. Hier müssen die Studenten um fünf aufstehen. Und ja, dann sieht man militärischen Drill. Das sieht dann folgendermaßen aus. Da. Jetzt sitzen sie leider gerade, aber ihr seht die Drill Sergeants da hinten. Da wird richtig mit Militär und allem drum und dran das gemacht. Das sieht dann aus. Aber sie sind trotzdem fröhlich und das ist ja auch schön. Bis dann. Vielen Dank.